willkommen zurück zu schleim ranger wir spielen wieder auf unserem account und gucken dass wir heute eine zweite schleim art ansiegeln und zwar möchte ich gern entweder die katzenschleim oder die blauen ansiegelen oder am liebsten einen goldenen schleim denn der goldene ist der beste oder wir machen die hühner farm ja außerdem ich denn wir haben inzwischen ein paar hütchen hier hühnerstahl 2 50 sie lohne verbrennungsanlage er braucht es nicht verbrennen die sind wohl für spielstimmte schleims ja hier gibt es noch weitere biete wie zum beispiel die höhle die kostet allerdings vorher darf man nicht rein also muss man wohl übel raus mit dir und spiele ich mein gut wird eine lösung finden also jetzt heißt es erstmal wieder klopf sammeln oder am besten auf erkundung zu gehen und wenn ich auf erkundung zu tun gegangen bin kann ich mir vielleicht dich nicht zu gehege lohnen 52 kostet das dann haben wir die schleim rote das ist mein ziel für diesen part der neue schleim rote anziehen wie denn hier sind übrigens auch nur zwei felder und ein gebiet ebenfalls teuer dafür müssen wir erst mal ein bisschen farben damit wir diese biete freischalten und so gehen wir in die hölle des löwens in schleim chaos und da sind auch die dunkle schleims die können wir allerdings erst sehr spät einsaugen denn ich weiß inzwischen diese sind nur unter bestimmten bedingungen ansiebter aber vielleicht haben die ja plot auch hier ist eine kombination ist eine kombination überlebt dieser dann fragte ich mich oder geht er beim sonnenlicht auch drauf geht er bei sonnenlicht dann da auch drauf oder überlebt er das wir werden gleich erfahren nein er bleibt oh im geht er bleibt das wäre eine coole möglichkeit warte einen von dir fang ich mal ein wenn du bleibst dann kann ich dich vielleicht fusionieren mit einem meiner schleim und habe damit so ein jetzt habe ich einen schmetterling du willst doch nicht anzuholen oder ach jetzt ist es zu hell geworden er ist verpufft aber der bleibt der bleibt wir haben eine neue art damit habe ich schon eine neue art oh i'm sorry das wusste ich nicht das ist mir aber jetzt irgendwie peinlich ich habe versehen ich gerade einen meiner schleims getötet i'm so sorry das da das benutzen ich ein zu essen die sind runter der hoch der ist runter gegangen sind es wie viel geld zu farben und damit eine menge schlams anzubauen dafür dafür müssen wir geld verdienen und zwar nicht so knapp ist noch nicht fertig das mit ihr wieder aus dem boden einfach so ist hier was neben der kleinen starte der weg zum sicheren tod vielleicht nicht da haben wir ja noch den giga schleim in der letzten gesehen oh hier sind eine menge flotten danke der dort ist mal gucken was mit ihm auf sich hat hoffen was machst du denn kleiner der hat vermutlich irgendein bestimmtes essen als lieblings essen damit da muss man ihn füttern und das irgendwie gemein und dann platzt er dann geht er hoch auch ist das mies hier sind schleim wir sind hier sind hier sind hier sind hier sind hier sind schleime hier sind Was ist das Richard, das? Oww ... 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 Das ist super. Wir haben wohl wieder Hunger. Ja, da haben einige richtig Hunger. Ja, wie das auf Hühnchen geht. Oh, die sind gerade zu weit geworden. Entschuldige mich zu den Hühnern. Ich muss gar nicht mehr wieder erreichen. So eine Menge führt zum Einsammeln. Lass das gehen. Mal kurz machen. Ah, er hat's gemacht. Perfekt. Musst nämlich kurz weg. Und jetzt hat er's. So, das verkaufen wir jetzt. Oh, ein Achievement. Gut. Gut, wir haben fast den Stall zusammen und können die neue Art machen. Dann beende ich den Part. Den gerade ist Essen angekommen. Hihi. Na, dann würde ich mal weitersessen. Na, dann würde ich mal weitersessen. Wir füttern unsere kleinen Schleims. Und füttern unsere kleinen Schleims. Jetzt muss die Maschine neu einsaugen. Wir sammeln so weit. Wenn dessen neue und unsere neue Schleimart schon mal. Ein. Und gleich können wir uns. Ihn leisten. Oh, nochmal. Hi. War schon im letzten Part. Die haben wir auch. Kloppen. Jetzt ist es interessant natürlich, welche Art ich nehme. Schleimart. 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 Das ist noch mehr. Ups. So, Hühnchen. Aber der Schleim ist wertvoller. Dich. Oh. Ei. Ah, den hat er weggefuttert. Ich will gleich alle essen. So, und jetzt nichts wie zurück mit 5 Miesschleim. Das gehört eben nicht. Wenn man kurz stehen bleibt. Jetzt kommt die Ausdauer sofort wieder. Ach, die holte ich beim nächsten Mal. Ein Stück wird alles zu verkaufen. Gut, damit können wir uns das neue Gehege leisten. Damit sie sich nicht versehen nicht vereinigen. Bauen wir es am besten hier hin. Was ist mit euch? Unsere neue Generation. Entschleimts. Ähm. Okay, das lief nicht so wie geplant. Anscheinend müssen wir als nächstes eine Wand für die bauen. Ja, uns bleibt keiner an der Wahl. Ja, ich bedanke mich für's Zusehen. Bleibt sozial. Lass ein Abo da. Und bye.